Hallo Freunde der Natur und unserer Tiere. Es ist Anfang Februar und die Beuteauswahl der Wildtiere ist stark geschmälert. Futtersuche ist angesagt. Und wo kann man als Fuchs, Dachs oder Waschbär am besten einkehren? Na wo wohl? Bei einer netten Hausbesitzerin, dessen Häuschen am Waldrand steht. Die Hauseigentümerin liebt Tiere. Ob zweibeinige oder vierbeinige, ob mit Federn oder Fell, es ist alles willkommen. Auf der Rasenfläche wird großflächig so manche Leckerei verstreut. Es ist doch nicht Mitternacht und schon geben sich Fuchs, Waschbär, Marder und einige andere die Ehre. Ein buntes Treiben mit Wildkameras festgehalten. Lasst euch überraschen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Soweit wieder einmal ein kleiner Einblick in unsere wunderbare Tierwelt. Ich würde mich freuen, wenn der Film euch gefallen hat und ihr beim nächsten Wildtierfilm wieder dabei seid. Ja, und wie immer, ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis bald. Ja, und wie immer, ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis bald. Ja, und wie immer, ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis bald.